So, ihr bestellt euch schon mal ein bisschen Speicherplatz, das wird Robin nicht gefallen. Jaaa. Ein guter Vokuss, ein guter Vokuss, ein guter Vokuss, ein guter Vokuss. Jaaa, also die Vorabversion. Robin, wir interagieren mit der Kamera im Ganzen. Nein, ihr seid zu nah. Doch. Guckt doch mal, hier können halt welche hin. Zu nah. Ihr müsstet mehr so... Das ist alles live, das wird hier alles live gerade durchgesprochen. Ach doch, das filmt. Das filmt schon. Wir nehmen dich plötzlich anders, schnell. Was? Wir nehmen dich wie ein YouTuber. Ah, mein Leben ist so aufregend! Ah, 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 ah! Das machen wir auch, wenn die Kamera aus ist. Oh, ich hab das Salz in der Hose. Ich bin hier mit dem Salz in der Hose. Ey, der Mann hat richtig Pfeffer. Ah, Alter, es brennt übel. Ich habe heute einfach gesaugt. Alter Pfeffer im Sack. Ah, ha, ha! Haben die noch ein schöner Thumbnail? Äh, mit Titten drauf, warte. Tante mit Titten drauf. Sei hier! Ja. Ich hab heute erst hier gesaugt. Mach nicht so eine Unordnung. Das ist doch nur Salz. Ich bin der Pfeffer. Oh, Robin, benimm dich doch mal, wie du dich immer benimmst im Leben. Pfeffer. Ah, ha, ha, ha! Läuf! Jetzt sind wir aber richtig verrückt hier. Wir sind so crazy hier. Ich bin immer crazy. Wir sind crazy. Wir sind crazy, wenn ihr das nicht koordiniert. Wuuuuh! Wir sind eine YouTuber-Begin! Was geht? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ey, was ist hier los, ey? Was ist hier los, ey? Ich wohne hier nicht mal. Oh, Guys! Guck hier! Hat hier ein Dach unten gone wrong? What the fuck? Was ist das? Was ist der Typ, ey? Was passiert hier? Hier passiert doch was... What the fuck? Oh, Alter. What the hell? What the hell is going on? What the hell? Der Typ hat seine Unterhose über seinem T-Shirt! Über seinen Pulli?! What the fuck? What the fuck? Jetzt ist ja richtig, dass man... Au! What the hell is going on in this video? What the hell? What the hell is going on? Er macht halt die Baby-Fans, actually. What's going on? What's going on? Video gone wrong, what the fuck?